yo leute was geht euer boy dave ist hier mit einem kurzen blog es war aktuell spitzig die lage etwas etwas zu die menschen rennen wirklich in die supermärkte wir kaufen dort Hygieneartikel, Nudeln, Reis, Mehl und so wie ja Toilettpapier und sowas sowieso, Tempos, Küchenkrabbel das ist wirklich alles, wir haben schon so gut wie weg ansonsten momentan, also heute ist halt ein samstag, ist viel los also es gibt viele menschen die auf der straße sind und so also viele autos die rum fahren unter der woche wird es wahrscheinlich nicht so aussehen die menschen werden die öffentlichkeit meilen mir persönlich geht es gut, meiner familie geht es gut also es gibt irgendwie keine krankenfälle oder so also jetzt menschen die betroffen sind von corona manchmal dafür ich sage es natürlich gottisch, auf euch geht es auch gut und ich will euch jetzt damit keine panik machen oder so also ich würde euch empfehlen Menschenmengen zu meiden aber jetzt nicht euer leben komplett einzuschränken ihr seht ja ich bin auch draußen in diesem sinne stay blessed so ich